Das war der spannendste Kampf auf meinem Channel. Jo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe mich synchronisiert, deswegen wundert euch nicht, warum ich jetzt gerade diesen Stier abbaue. Jetzt ist er abgebaut, Leute. Jetzt ist er abgebaut. Oh Moritz, guck mich an. Oh, oh, oh. Wow, fuck. Wer SG-Heroes nicht kennt, das ist ein richtig geiles Game. Kisten sammeln und töten. Kisten sammeln und danach muss man den 1 vs. 1 gegen andere spielen. Hier seht ihr es, ich habe voll die FPS-Drops hier gerade. Und jetzt schon wieder. Ah ja, hier darf man nicht mit der Waffe auf Kisten. Was labere ich schon wieder für scheiße? Wer sich noch an die Aufgabe von dem letzten Mal erinnert, der müsste wissen, dass er, vielleicht erkennt ihn gar nicht wieder, er hat auf jeden Fall eine richtig scheiß Qualität. Und jetzt ist es eigentlich wieder, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Qualität ist eigentlich echt ertragbar. Äh, sogar eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Klaas Hi-Hate oder sowas ist natürlich nicer. Oder Trolex, damit du dich wieder freuen kannst, dass ich dich in deinem Video erwähnt habe. Ah. Leute, ich wollte mich auch nochmal dafür bedanken, dass hier so viele Intros eingesendet wurden. Und ich wollte auch sagen, dass aber bald der Intro-Kontest ein Ende hat, haben muss auch, weil, ähm, ja ungefähr noch, der läuft noch 8 Tage. Also, ähm, es sind ja noch ein paar Leute, die wir ins Intro machen wollen. Und die können natürlich noch erst zu Ende einschicken. So, dann werde ich aber jetzt auch noch warten. Ich denke mal, nach 8 Tagen werdet ihr das auch hinkriegen. In 8 Tagen. Und dann ist der Intro-Kontest beendet. Und dann werde ich die 10 Euro PSF-Karte oder, äh, wie ihr halt wollt, oder halt Premium auf dem Server verlosen. Das ist natürlich dann eure Entscheidung. Aber ich liebe SG-Heroes, Leute. Das ist einfach das geilste Spiel, finde ich. Ich habe es, glaube ich, bis jetzt nur einmal gespielt und da habe ich schon verkackt. Aber früher waren ja auch viele Videos, glaube ich, auf YouTube einfach waren, meine ich zumindest nicht so, dass die alle auf 30 FPS waren. Genau, früher gab es keine, keine 60 FPS. Ja, also eigentlich ist es jetzt gerade die Qualität, die immer früher ein Standard war. Ich muss gegen dich nicht, bitte nicht, äh, gut, nicht gegen dich. Ich muss gegen den Forrester. Okay, ich muss gegen den Leben, der saugut equipt ist, aber ist ja auch egal. Ja, der hat's. Oh, scheiße, der hat Steinschubber. Besser ist, ich glaube. Okay, man hat ja aber auch, äh, 20 Jahren nicht. Ja, ja, das ist eben. Das ist eben. Okay, man kann mich kriegen. Ah, fuck, der hat mich. Der hat mich auch, der hat mich auch, oder? Ja, der hat mich. Wenn der mich nicht hat, dann ist er richtig nur. Nein. Ja, er hat mich. Scheiße! Okay, jetzt lassen wir es. Ah, fuck, ich habe nur Schwert und Angel bekommen. Ist doch nicht schlecht. Das Schwert hat man alles von Anfang an. Schlecht. Okay. Okay, ich habe Nemo. Oh, ich habe gerade auch schon noch einen Strike von dir. Ich habe gerade ein bisschen wenig Stuff, muss ich ehrlich sagen, zugeben. Ich habe ein bisschen sehr wenig Stuff. Boah, gib mir mal Stuff, du blöde Kiste. Ich bin eigentlich gerade schon relativ gut equipped. Ja, ich nicht. Also, ich habe Lederhose, ähm, Ketten. Ach ja, Leute, ich habe außerdem den hässlichen Sound, den hässlichen Sound von der Truhe ausgestellt, weil der regt mich einfach nur aus. Das braucht man nämlich nicht, denn es geht, finde ich. Ach so, und Angel ist eigentlich immer ganz gut, obwohl ich kein Roach-Spieler bin. Überhaupt nicht. Oh, fuck, alter, hi. Also, kannst du mir Stuff geben, Alter, wie gut du equipped bist? Oh, warum sind wir da rein? Na, hör auf, wir dürfen nicht zusammen rennen, Alter, das ist richtig dumme Idee. Wieso, wir werden dann ja, nicht, es kommt ja, es ist ja, Kiste, 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 drei Kisten, oh Gott, meine Kisten. Ja, nein, 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 komm, wir teilen uns hier auf, du kriegst die. Jetzt reicht's hier, Alter. Oh, hier ist nix drin. Alter, was war in den anderen Kisten drin? Auch nix, ich habe nix rausgenommen. B***ball Kisten. Oh, hier ist eine gute Kiste. Äh, die mach ich mir mal auf die vier. Okay, die eins muss aus eins beginnen und ich bin richtig scheiße, mal wieder gerüstet. Und der andere hat Eisenrüstung. Natürlich, Leute, yes! Ich überhaupt nicht, Alter. Ich habe dieselben Waffen. Wenn ich sie in Regen, ne, dann ist es echt, dann ist er wirklich richtig schlecht. Okay, er rackt mich. Oh, f***, der rackt mich, Alter. Der ist ungefähr, der ist genauso gut wie ich, wie ich. Rackt der Bitch, rackt der Bitch. Ja, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn gerackt. Shit. Das war der spannendste Kampf auf meinem Channel, Alter. Das war der spannendste Kampf auf meinem Channel, Alter. Boah, echt, ey. Das war so viel Herzklopfen, hatte ich noch nie bei einem Channel, äh, bei einem Kampf. Oh, ich habe auch zwei. Bei einem Channel, ew. Ich habe, oh, gibt es hier irgendwo ein Crafting Table? Ich habe zwei im Inventur, von daher habe ich Schlag gehabt. Oh, ich habe auch ein Crafting Table. Ich mache mir jetzt einen Eisenswert. GG. Oh, f***, zwei Sekunden. Nein, meine ganzen Sachen sind weg. Egal, egal, jetzt nicht aufregen. Mann! Oh, f***. Okay, da rächt ja ein besser von mir. Oh, guck, oh, scheiße, der ist richtig gut. Wie viel andere Schaden hat ein Eisenswert? Sechs, ne? Oh, f***, Alter. Ich habe auch voll die FPS-Drops, das ist das Problem. Okay, der räckt mich direkt. Oh, ich rake gerade ein. Oh, Alter, wir schlagen mir gerade die ganze Zeit in den Puff, ey. Ich muss ja einen gerade ein bisschen von mir wegholen. Ich bin gerade ein bisschen im Arsch. Hallo. Oh, hallo, Barats. Tschüss. Oh, Gott, da hat einer. Ich bin der Guckl-Undermin. Oh, f***, hallo. Ey, hör doch auf, mich ganz so greifen, ich habe keine Leben mehr. Ach so. Danke, ich war gerade im Rängen. Danke, ich bin der Guckl-Undermin. Danke, ich bin der Guckl-Undermin. Nein, nein, ich bin eigentlich auf Hilfe. Hilfe, ich bin der Guckl-Undermin. Der hat nur eine Angel. Nee, nee, f*** ich bin nicht down. Ich helfe dir jetzt nicht mehr. Als wenn du die Kille ist. Oh, jetzt hör auf mich, dein Einer Schackgrube. Und du sagst zu dem Nu, obwohl er nur mit einer Angel spielt. Ich booste dich mal, okay? Ich booste dich. Ich hab eine Angel. Oh, Gott, der lag auch noch. Ja, nee, der Server lag gerade. Deswegen. Oh, Gott, der Typ für den. Ja, das bin ich. Booste dich. Aber bitte nicht mit Pfeilen. Das ergibt nicht so viel Sinn. Oh, guck mal, hier ist ein Typ afg- Hier ist der Typ afg- Alter, du hast mega alles gelaufen. Nein, ich mach das doch gerade. Räuf die Blue Papaya an. Die muss jetzt mal raggen, Alter. Easy getragt. Easy getragt, getragt, getragt. Oh, ich hab voll die FPS-Drops. Nein, ich brenne. Nein, 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 nein. Nein, ich bin gleich down. Oh, fuck. Ich will am Feuer sterben. Mein halbes Herz. Diese Runde eskaliert völlig. Ah, die Runde eskaliert. Leute, das war aber mal eine richtig spannende Runde. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst bitte mal ein Like da. Boah, war das ein spannender Kampf. Leider hab ich nicht gewonnen. Aber schon Vierter zu sein in SG-Ideos ist auch schon nicht schlecht. Weil, boah, junge Leute, lasst mal bitte ein Like da. Das wär richtig geil, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.